Als ob das Spiel schon vorbei wäre. Wir haben zwar im letzten Part den Endboss besiegt. Mussten uns von unseren Yo-Kai verabschieden, ja. Aber nach den Credits waren alle einfach wieder da. Und da erwarte ich jetzt zumindest mal eine halbwegs vernünftige Erklärung, wie das Ganze jetzt weitergehen soll. Gucken wir mal, wir laden den Spielstand. Und ja, vielleicht wird sogar totgeschwiegen. Guckt mal, ich hab einen Stern unten, seht ihr das? Tagebuch 1 und da ist ein Stern. Nach dem Motto, du hast die Hauptstory durchgespielt. Aber keine Angst, es kommt ja noch einiges, wie ich gehört hab. Ja, also, wie ist es? Der Whisper chillt darum. Der muss jetzt mal auspacken. So, heiß. Noch geht's. Also dieser Sommer geht vergleichsweise noch, ja. Stimmt, aber wir können nicht einfach rumsitzen und vor Hitze umkommen. Man sagt, mit kühlem Kopf fühlt sich Feuer kalt an. Bleib stets aufgeweckt. Die ignorieren es tatsächlich anscheinend. Du bist doch hier der Faule. Ah, die Hitze bringt Erinnerung an diesen schicksalhaften Tag zurück, als ich Abschied nahm und die Menschenwelt verlassen habe. Du bist ja ganz toll meiner Bemerkung zu deiner Faulheit ausgewichen. Ich weiß ganz sicher überhaupt nicht, wovon du redest. Letztendlich, Markus, findest du nicht, es ist ein bisschen komisch? Dank Lukas als Vermittler konnten wir zurückkehren. Ah. Ich dachte schon, ich dachte schon, die sagen jetzt einfach, oh, heute ist so heiß, ach komm, wir gehen mal raus, treffen uns mit Freddy oder so, nur Quatsch. Immerhin, also Lukas konnte die zurückholen? Aber wir mussten sehr lange warten, bis der Aufzug wieder offen war. Sogar nach dem Warten sind für Menschenkinder immer noch Sommerferien. Wie können Ferien nur so lang sein? Was für Ferien sind das? Ich denke, wir Menschenkinder haben in Sachen Ferien einfach nur Glück. Ach, das, da sagt ihr was. Vielleicht. Naja, ich hab ne Idee, wie wir diese ganze Zeit nutzen können. Wie du vielleicht weißt, war es ziemlich anstrengend, wieder herzugelangen. Während dieser Qualen konnte eines der Siegel geschwächt worden sein. Genauer gesagt, spreche ich vom Siegel um das endlose Inferno. Angeblich ist es in der Yo-Kai-World, aber niemand kann es finden. Schlimmer noch, wenn der dort eingeschlossene Yo-Kai jemals erwacht, wäre er mehr als fähig, dazu die Menschenwelt zu zerstören. Also dachte ich mir, wir könnten diese Sache während deiner Ferien angehen. Ja, wie hab ich denn früher meine Ferien sinnvoll genutzt? Zocken! Genau, zocken! Ist so. Laut meiner Yo-Kai-Spion hat ein sehr reicher Mensch ein paar Infos dazu. Komm schon, jetzt mit Markus, hören wir uns ein bisschen um. Das ist alles, eine reiche Person hat Infos zu einem vernichtenden Yo-Kai? Naja, das ist alles, bis jetzt. Komm, du hast doch schon zwei Welten gerettet. Du weißt doch, wie es läuft. Der wieder geöffnete Aufzug hat noch stärkere Yo-Kai in diese Welt gelockt. Wir müssen uns nur mit ihnen anfreunden und das Inferno erkunden. Diese Welt rettet sich nicht von selbst. Legen wir los. Also, wenn du das sagst, ich bin dabei. Ha, schön! Endloses Inferno, davon habe ich schon viel in den Kommentaren gelesen. Eine Bossparade oder irgendwie sowas? Wo soll ich denn hin? Gibt es irgendwelche Hinweise? Ich könnte mich teleportieren, aber ich will mal gucken, ob irgendwas ist mit den Eltern oder... Hallo? Gehst du heute wieder nach draußen? Freut mich, dass du so aktiv bist. Sei aber zu Hause, bevor es dunkel wird, ja? Haha, kannst du knicken! Haha, kannst du knicken! Ich doch nicht. Die müssen mich doch auch inzwischen kennen. Der Traufgänger der Stadt. Erkunde die Stadt, wie du es willst. Ja, gut. Ein reicher Mann hat Infos zu Yokai. Er hat es ja wirklich mal... Also, Nebenquests will ich jetzt nicht machen. Ich würde mal sagen, wir gehen zu rund um die Uhr und machen den S-Rang. Ja, oder? Er hat Angst vor mir. Haha, das hört sich so an, als käme es von ihm. Danke, dass du mir ein Mädchen gesucht hast. Ich weiß es zu schätzen. Alles weitere findet sich schon selbst heraus. Angst. Hahaha. Sie tut so gleichgültig. Er hat nur eine Spur von Verärgerung. Wer weiß, was dort unter der Oberfläche brodelt. Viel Glück den beiden. Äh, bitteschön! Ich hab wohl irgendeine Quest abgeschlossen und... ...bin nicht zu der Tante zurückgelaufen. Haha. Seht ihr mal? Part gestartet und direkt eine Quest beendet. So läuft's. So läuft's. Level up für Viptor und für den Drachenfürst. Ring der Illusion. Schauen wir mal rein hier. Gesundheit. Ey, die arme Kugel. Die geht einfach so kaputt. Ist die von Ikea oder was ist das? Naja, nix gegen Ikea. Hahaha. Äh, okay. Dann... Warum nicht? Was macht denn der Wirreführer hier eigentlich? Hier lang, hier lang. Folgt dem Spaten einfach mal. Führt er mich wieder in irgendeine Gasse. Hallo? Ey, du darfst nicht über Rot laufen. Das geht nicht. Das ist verboten. Ah, eigentlich verboten ist es nicht. Aber es ist nicht gut. Oder, weiß nicht, ist es verboten? Keine Ahnung. Hier lang, hier lang. Führt mich zur Schule. Nein, wir haben Ferien. Bitte nicht. Ich bin gespannt, was du bekommst. Aha. Ich auch. Eine große Kugel. Direkt verfüttern. Haben wir sowieso irgendetwas noch? Highlight-Items haben wir genug, sehe ich. Leider nur eine Kugel. Ja, Vipto hat den niedrigsten Level. Echt? Warum hat er den niedrigsten Level? Weil die anderen abgehen wie ein Zäpfchen. Interessant. Ne, anscheinend ist das schwieriger zu leveln. Okay. Wie gesagt. Rund um die Uhr. S-Rang. Wir haben ja zum Beispiel in der Yo-Kai-World eine S-Tür gesehen. Und dann können wir eigentlich jede Tür durchschreiten. Ich glaube, das kann man jetzt machen. Den S-Rang annehmen. Ja, dann werden wir mal sehen. Dann werden wir... Ach, da ist das Schwimmbad. Ne, da war irgendwas, was wir im Schwimmbad machen sollten, nebenquest-technisch, ne? Ja, ich rede mal mit ihr. Wie sieht es aus? Willst du mir helfen? Ähm, ich brauche noch etwas Zeit. Na gut, ich denke, ich übe noch weiter. Sag Bescheid, wenn etwas einfällt. Hahaha, das wird ja immer traurig. Ich trage es nicht, sie zu sehen. Holen wir Arlbären schnell her. Wir können Arlbären tagsüber in Weltsweier finden. Sehen wir dort nach. Ja, ja, ihr Freund, der Comedian ist und so. Aber irgendjemand hat was vergessen im Bad. Und wir sollten das zurückholen. Jetzt blöd, wenn ich nicht weiß, was. Also die schwitzen, da kann es schon mal irgendwie nicht sein. Hier gibt es aber einen Yo-Kai. Gucken wir einfach mal. Ob wir den finden können. Hier? Wer ist er denn? Ach, das ist Schnatterli? Ist das Schnatterli? Haha! So ein interessanter Yo-Kai. Das Design ist sehr interessant und auch der Name. Ich komme langsam in Übung. Nichts ist besser, als einen Kreislauf in Schwung zu bringen. Ich weiß nicht, wie die Leute nur, du weißt, schon den ganzen Tag rumsitzen. Ah, ich versuche, verzeifelt neue Wege der Beschäftigung zu finden. Lass uns ein Abenteuer erleben. Etwas Gefährliches, aber nicht zu gruselig. Zehn Creme-Brötchen. Aber sie war nicht für die Quest irgendwie relevant. Anderswo kann ich nicht rein. Hey, hier geht's zu den Damen. Du bist doch ein Junge, oder? Was wäre, wenn dem nicht so ist? Ja, dann bist du wahrscheinlich ein Kerl. Ein Mädchen und darfst da rein. Dumme Frage, irgendwie. Irgendwas sollten wir aus dem Bad holen. Ich weiß es aber nicht mehr. Arrgh! Muss ich meine eigene Parts nochmal angucken. Also, wird höchste Zeit, dem alten Mann mal wieder einen Besuch abzustatten. Vielleicht hätte ich mich hin teleportieren können, aber... Äh, sei wie es sei. Scheint, als sei die Zeit nun endlich gekommen. Die Zeit? Welche Zeit ist gekommen? Noch einen Test nehme ich an. Oh, sicher gibt es einen Test. Ich habe mich schon auf diesen Test gefreut. Ich gebe dir die Details, sobald du zustimmst und mir somit den Tag versüßt. Ja, klar. Alles klar. Wie gewöhnlich gilt es nun, einige Yo-Kai zu besiegen. Dies ist jedoch der letzte Test. Weißt du, was das bedeutet? Der letzte Test? Das heißt, die Yo-Kai Watch hat dann den rücksten Rang? Genau. Das bedeutet, du kannst es mit den stärksten Yo-Kai aufnehmen. Beeindruckend! Bestehen wir diesen Test, können wir alle Yo-Kai aufspüren. Das wird natürlich dein bislang gefährlichster Test sein. Bist du bereit? Wenn unsere Yo-Kai-Freunde als Team zusammenarbeiten, schaffen wir das. Wir werden sehen, aus welchem Holz du und deine Freunde geschnitzt seid. Für den letzten Test wirst du in die Yo-Kai-World reisen. Es gilt, drei folgende Gegner zu besiegen. Sperrisch auf dem Lügnerberg, Nomakappa auf dem Rabaukenpfad und Schermon am Hungerpass. Das sind diesmal deine drei Kandidaten. Was meinst du, alle starke Gegner? Genau richtig für den letzten Test, was? Oh weh, das sieht nach besonders starken Gegnern aus. Machen wir uns bereit für die einmalige Herausforderung. Ach naja, Nomakappa ist ja noch nicht mal ein S-Rang Yo-Kai, oder? Sehr komisch. Ja, dann gehen wir einfach am besten mal hin. Das ist gut, das freut mich sogar, weil die Yo-Kai-World, wir haben die ja ausgiebig erkundet. Und... Zwischen viel zu viel Stuff. Mal sehen, ob wir den Aufzug benutzen können und da unten einfach mal suchen. Wir sehen auf der Karte dann die blauen Fahnen, also eigentlich zu finden, sollte ziemlich einfach sein. Und die zu besiegen, habe ich auch keine Angst. Ach, da war ja noch eine Bitte. Wie gesagt, Nebenquests werden wir uns auch mal... Klar, machen wir mal. Intensiv, ein paar Wurstands, sagst du, heute machen wir Nebenquests. Aber noch sind wir nicht so weit. Ich würde am liebsten erstmal den Rang... ...haben. Weil wenn ich irgendwann eine Esstür sehe, da kann ich einfach durchlaufen, weißt du? Nächster Halt, Yo-Kai-World. Danke, Insomnina. Die Aufzugsfrau. Ich finde so Aufzüge ja so sinnlos. Weißt du, die eh nur vom ersten OG ins Erdgeschoss gehen und dann... Erdgeschoss. Erstes Obergeschoss. Zum Beispiel Darmstadt Hauptbahnhof. Vom Gleis wieder hoch. Erstes Obergeschoss. So, äh... Ja, weiß nicht. Wie komme ich noch am besten jetzt hin? Hm. Ich kann mich ja da wieder runterfallen lassen. Deswegen waren diese Lücken da immer, ne? Die Labernasen. Irgendwo gab es Lücken. Ja, aber es waren drei verschiedene Orte. Ich habe trotzdem nur zwei bereist. Äh, ja, doch zwei. Eine Mission hatte ich ja geschafft. Habe mich runterfallen lassen, aber scheinbar war es an der... Guck, das meine ich. War es an der falschen Stelle. Ich komme ja nirgendwo runter. Ich muss mir das mal reinziehen. Also, irgendwo gab es schon Löcher, ne? Keine Angst. Hier zum Beispiel. Mal gucken, wo wir landen. Das ist jetzt wieder der Hungerpass. Also, die erste Mission. Und wir landen direkt bei dem? Was zum... Anders kommt man noch gar nicht hin. Ja, das war geschenkt. Schlatzier. Ne, das ist, glaube ich, eine andere Quest. Hey, du da. Sag mal, wie findest du diese Haarklammer? Naja, es ist eine schöne Haarklammer. Sie steht dir ausgezeichnet. Hehehe, ich weiß. Ich habe hier noch eine Haarklammer. Möchtest du sie haben? Wenn nicht, werfe ich sie einfach weg. Das wäre ja verschwenderisch. Bitte überlasse sie uns. Ich nehme mal an, dass es verschwenderisch wäre. Du brauchst doch sie. Es handelt sich hier um ein besonderes Exemplar. Nichts für jedermann. Tatsächlich. Ich frage mich, ob wir stark genug dafür sind. Ich mache dir einen Vorschlag. Wenn du einen Kampf gegen mich gewinnst, gehört die Haarklammer dir. Wenn du mich besiegst, kannst du bestimmt mit ihr umgehen. Was meinst du? Ach, du bist aber mutig. Vergiss nicht, dass ich den ganzen Einsatz zeigen werde. Sag mir Bescheid, wenn du bereit bist. Was? Ja, lass uns doch kämpfen. Was ist los? Ich habe gerade überlegt, weil die vom Kämpfen redet. Ob die doch vielleicht zu dem Rang ist und ich irgendwie die Namen vergessen habe. So, ich bin bereit. Los, vergiss nicht, dass ich es dir nicht einfach machen werde. Ähm, das glaube ich ja, weil du erst jetzt da bist und nicht vorher. Ein Secret Boss? Ich gebe einfach mein Bestes, Freunde. Ich gebe einfach mein Bestes. Hat ja auch Kollegen mitgebracht. Die wird nicht einfach sein. Ah, Viptor geht fast down von einem Schlag. Das ist schon wieder so ein viel zu schwerer Boss. Wir waren ja schon bei Janusrat und waren damals zumindest viel zu, ähm, schwach für den. Und ja, da geht Viptor down. Alter! Ich bin wieder so ein Boss, der einfach viel zu stark für uns ist. Ja, das kann ja heiter werden, Mann. Toll. Wie gesagt, wir geben noch unser Bestes. Wir haben ja eins gelernt, niemals aufgeben. Aber es sieht schon sehr vernichtend aus, wenn ich das so sagen darf. Wenn eine von diesen anderen Typen wenigstens mal down gehen würde, wäre das schon ziemlich cool. Ich werde jetzt auch den Drachenfürst heilen. So, kann irgendjemand angreifen? Ja. Ich fand, der Herzi darf jetzt eigentlich nicht so verletzt werden. Oh, scheinbar haben wir die Gegner besiegt. Na, dann geben wir unser Bestes. Heilung, damit doch Viptor wieder zurückkommt. Er darf auch angreifen. Er hat aber wenig Energie. Wenn er anvisiert wird, sieht es schlecht aus. Er wurde sogar anvisiert. Vielleicht kriegen wir die da... Schlechtes Timing. Das war durchaus schlechtes Timing. Ah, das heilt mir zu wenig, du. Da geht sie down. Ich dachte schon. Also, die haben stark angegriffen, aber die haben jetzt nicht so viel LP, nicht so viel Energie, dass es unschaffbar wäre. Aber okay, coole Sache. Wie viel EP gibt es dafür? Die war schon hart. Na komm schon. Die war schon hart. Gar nicht schlecht. Du meine Güte, du bist so stark. Mit dieser Kraft wirst du sicherlich auch mit meiner Haarklammer fertig. Ah ja, endlich. Mit dieser Haarklammer werde ich so niedlich wie... Es ist schlimm, dass ich keine Haare zum Zurückstecken habe. Das war mir schon für unsere Abmachung klar. Nein! Mein wunderschöner, glänzender Kahlkopf macht alles zunichte. Ach, was soll's. Dann müssen wir sie wohl einem anderen Yo-Kai geben. Ja, und ich wäre euch sehr verbunden, wenn dieser Yo-Kai so süß wäre wie ich. Verstanden. Wir werden sie nur mit einem Yo-Kai fusionieren, der süß ist. Ah. Zur Fusion. Das scheint ein eher seltenes Item zu sein. Ich hab keine Ahnung. Vielleicht mach ich mich schlau. Aber wer ist denn einzig? Chibanyan irgendwie? Das muss ja süß sein. Können wir Chibanyan mit? Davon hab gesehen, dass wir keinen Chibanyan haben. Aber naja, egal. Ihr könnt's mir ja in die Kommis schreiben. Aber ich würde mich trotzdem zugegebener Zeit mal schlau machen. So, es hat sich gelohnt. Also die Quest hier. Dafür gibt's 2700 Erfahrung. Und geil, umma hat's eigentlich dazu nur. Nomski, Wanderkappa. Nomski. Passt hier zu der Gegend, wo wir nach Nascha gesucht haben. Oder Naschkowski, um genau zu sein. Okay, haben wir die Quest erledigt, wenn wir schon mal hier sind? Ja, ja, ja. Da sehe ich auch noch einen Yo-Kai. Das könnte der sein, den wir suchen sollen für den Kampf. Jetzt sind wir natürlich schon leicht angeschlagen. Aber ich probier's trotzdem. Schlammurella? Ich glaub nicht. Was ist das? Falten des Schamsgefühls auf deiner reizend weißen Haut? Was? Wo? Falten auf meiner glatten, makellosen weißen Haut? Dort, unter den Augen. Sie sind der Anfang einer faltenreichen Zukunft. Du wirst schrumpeln wie eine alte Pflaume. Alt und faltig wär's so sein. Nein! Eine Pflaume? Wie schrecklich. Wer hat die von einer weißen Pflaume gehört? Ich will keine schrumpelige weiße Pflaume im Spiegel sehen. Ich spüre, dass du die Neuigkeit eher schlecht aufnimmst. Mach dir aber keine Sorgen. Besieg mich in einem Kampf und ich verrate dir ein Anti-Aging-Geheimnis. Besser gesagt, ich werde dir ein spezielles Verhütungsmittel geben. Ich hab das Verhütungsmittel gelesen. Oh, ich brauche dieses Mittelmeister. Ich brauche es. Wir müssen sie besiegen, damit ich nicht zu einer großen weißen Pflaume werde. Ich muss dieses Anti-Aging-Geheimnis unbedingt erfahren. Mann, du bist dafür noch zu jung, aber deine Mutter wird verstehen, wovon ich rede. Na, was ist nun? Kämpfst du und mit deinem bald schrumpeligen Butler-Kumpel? Okay. Du denkst also, du könntest mich mit einer zarten, harten, seitigen Haut besiegen? Wenn du bereit bist, komm wieder zu mir zurück. Ich stimme doch immer zu. Wir müssen das nur für die Quest machen. Ja, jetzt bin ich angeschlagen, Mann. Äh, ja, da kriege ich noch was verfüttert hier. Äh, da bitte. Dann konnte ich sonst keinen? Ne, weil alle sonst voll sind. Ja, Sachen gibt's. Okay. Dann du eben halt auch noch. Alles klar, auf geht's in den Kampf um das Anti-Aging-Geheimnis. Dürrte. Auch die sollten wir auf jeden Fall ernst nehmen. Erstmal Ultisee von Vip Thor. Haut den Schurken auf die Gurken! Ach, der Schlange! Bam, 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 bam. Kobianjan direkt hinterher. Ja, die haut auch rein, die Alte. Die haut auch rein. Sehr offensichtlich, aber ich bin jetzt optimistischer als eben. Es hätte ja sonst für Dimensionen sein können, wie schwer die Gegner hier sind. Sie befinden sich in einem guten, ähm, auf einem guten Level, damit die Kämpfe weder langweilig noch zu schwer werden. Geisterflammen. So. Ich muss die auch unbedingt mal anders positionieren. Eine Yokei wegen dem Bonus. Ähm, das kann er außer Tante Herzi gerade niemand. Ein Ultiseel vollführen. Aber ich würde, ne, mach das so, tu trotzdem Tante Herzi neben Vip Thor. Genau, damit er schön geheilt wird. Er darf nämlich gleich wieder. Die eine Dörte ist schon weg. Da ist die zweite. Kann nicht mehr lange auf sich warten. Falten. Tante Herzi. Ja, da Falten. Bam, 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 bam. Ah. Okay. Dass die noch steht. Ja, jetzt geht sie down. Dann nur noch Tante Herzi. Im Kampf gegen Falten. Das Spiel hat Ideen. Weiß nicht, wie soll ich davon halten? Oh, da ist sie down. Davon halten soll, dass hier jede Menge Quests in der Yokai World sind, aber immerhin sind es Quests ohne rumlaufen. Das heißt, einfach nur besiegen. Eigentlich geht das voll klar. So. Ja. In etwa so viel wie eben. Bestimmt gibt es aber wieder mit einem abgeschlossenen Quest sehr viele EP. Ihr seid gar nicht so übel. Euer jugendlicher Überschwang ist beneidenswert. Wie versprochen überreiche ich euch meinen Jugendpuder. Mit diesem Puder kann ich mein edles Gesicht jung und geschmeidig halten. Aber es ist schon so geschmeidig. Noch geschmeidiger wäre komisch. Er scheint nicht so ganz das Richtige für dich zu sein. Ein anderer Yo-Kai? Das Anti-Aging-Konzept wäre was für einen alternden weiblichen Yo-Kai. Zweifellos würde sich jemand freuen, mit diesem Item zu fusionieren. Wenn wir einen passenden Yo-Kai finden, fusionieren wir ihn mit dem Puder. Äh. Petzmeralda? Petzmeralda hat viele Möglichkeiten, stärker zu werden und zu entwickeln, fusionieren, keine Ahnung. Habe ich schon gemerkt. Ist cool, wir grabben hier die seltenen Items ab. Gut, 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 gut. Wie viel gibt's dafür? Ja, das ist doch super. Das lohnt sich auf jeden Fall, finde ich jetzt zumindest. Die EP... Die EP sprudeln nur so. Alles klar. Nice one. Nice one. Toteschen. So. Nichtsdestotrotz. Wäre es trotzdem ganz nice, das und den Yo-Kai zu finden, der sich hier für den S-Rang versteckt. Ich glaube, genau so ist es gedacht gewesen. Weißt du? Die packen hier Yo-Kai hin, mit Nebenquests quasi. Und damit du die auch machst, musst du die S-Rang Yo-Kais hier in... hier finden und suchen. Ja, jetzt finde ich hier gar nichts. Da geht's doch schon wieder raus, oder etwa nicht? Am Hungerpass war einer. Hä? Moment, ich guck mal ganz kurz die Quests. Ja. Ähm... Bl-bl-bl... Ja, viel angenommen, ich weiß. Äh, das sind die abgeschlossenen schon. Rang S-Wagnis. Es bleiben noch drei, sag ich doch. Wer ist es am Hungerpass? Äh. Ähm. Äh, Sherman. Den Sherman habe ich gesehen in einem anderen Bereich. Da, wo wir den Part instant mit einem Kampf gestartet haben, weil die mich, äh, zwischen den Parts attackiert haben. Äh, hier oben scheint der Nächste zu sein. Der Einzige, wo ich mich nicht umgeschaut habe, ist hier. Aber du würdest mir doch nicht erzählen, dass ihr jetzt ohne... Doch, da ist noch was. Das muss er sein. Das ist er auch. Aber besiegen werden wir ihn im nächsten Part. Und ja, mal gucken, ob wir dann alle drei im nächsten Part packen. Das wäre doch ganz formidabel. Mal gucken, was in den anderen Bereichen abgeht. Und einen Bereich haben wir ja noch gar nicht gesehen. Ne? Okay, dann ist der Daumen oben und werde ich euch loben. Und bis zum nächsten Mal bei Yo-Kai-Watch. Bis dann und ciao!